So, und damit herzlich willkommen zurück. Ein bisschen heiser bin ich mal wieder. Irgendwie will das Partou im Moment nicht aufhören. So, mal gucken, was hatten wir das letzte Mal überhaupt gemacht? Wir waren in der Kriegergelt. Ich glaube, wir hatten einen Auftrag von der Kriegergelt. Ist das korrekt? Ja, und zwar sollen wir in die Caldera-Mine. Das heißt, wir... Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Danke. So, zu dem ganzen Aufnehmen jetzt. Ich nehme doch schon jetzt eine Woche im Voraus auf, da ich immer noch nicht weiß, wie das jetzt mit der Prüfung aussieht und die Ausschreibung irgendwie auch nicht in die Pötte kommt. Gehe ich lieber auf Nummer sicher und nehme jetzt schon auf, damit ich, falls ich doch zur Prüfung drankomme, genügend Freiraum zum Lernen habe. Ich will sagen, ich finde euch recht interessant. Sprecht weiter. Wir möchten nach Caldera reisen. So, genau. Ja, dementsprechend kann ich hier nur in Kommentaren im Moment reagieren. Ich denke, ich werde auch so mindestens einmal am Tag in die Kommentare reinschauen und lesen. Oh. Ja, wir haben die Uniform zwar dabei, aber nicht an. Der ist ein bisschen mäkelig deswegen. Das ist aber okay. Wir wollen ja nicht mit denen reden. Wo ist eure Uniform? Wo ist eure Uniform? B-b-b-b-b-b. Ja, ja, ist gut. So, wir wollen zu den Bergwerken. Mal schauen bei Mora. Ist hier nicht eine Abzweigung? Ähm. Oder waren die weiter oben? Ja. Das ist jetzt eine sehr große und gute Frage. Ich glaube, wir müssen... Na, schauen wir mal. Hi, ihr. Nein? Kein Pflegefiech? Gut, kein Pflegefiech. Oh, der Erkrankte. Den beseitigen wir lieber gleich. So, da vorne sind wieder Schilder. Wenn das schon nicht ganz passt, dann müssen wir wohl durch Caldera einmal durch. Ja, ich glaube... Ah, schauen wir mal. Peliagat bei Mora. Caldera Aldrun. Gut, dann war das doch auf der anderen Seite. Dann laufen wir wieder zurück. Guck. Oh. Hallo, nett. Ich finde diesen Blauton so schön. Irgendwie so... Weiß nicht. Erinnert mich am Meer. Ja. Jo. Schöner Blick... ...auf Caldera. Eigentlich kann man die Waffe auch wieder... ...hups. ...wegstecken. Jo. Und einmal aus Caldera. Äh, aus Caldera durch. Ja. Deutsche Sprache und so. Ihr kennt es. Ja, ich weiß... Ja, ich weiß nicht, dass ich sie nicht anhab. Ist gut. So. Aber eigentlich... Wir haben wahrscheinlich wieder irgendeine Scheiße mit dabei. Ja. Nicht weiter schlimm. Ja, ja. So. Und zwar geht es hier nämlich auch aus Caldera raus. Wollen wir mal schauen... ...ob hier die Bergwerke waren. Hier sind zumindest schon mal zwei Schilder. Ja. Caldera Bergwerksgesellschaft. War doch auf der anderen Seite. Naja, gut. Orientierung und so. War mir nicht mehr sicher. Aber hey, wir sind nicht bis Balmora gelaufen. Ja, heute möchte meine Zunge irgendwie auch nicht so ganz... Naja, passiert. Hi. Böhm. Böhm. Ja. Ah, da oben hat es sich bewegt. Das war nur ein Flapflap-Fiech. So. Hier wird es schon ein bisschen... ...grauer da links. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auch nach... ...Links. Wir sammeln seinen Quest mal ein, machen den jetzt aber nicht. Weil das Kerlchen hat einen Grund, warum er da nackig rumsteht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, wir hören uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Oh, wir werden auch gleich angegriffen. So, tschüss, Hellenund. So. Dann quatschen wir mal mit unserem Herren hier, der ganz nackig hier in der Gegend rumläuft. Okay, der Typ heißt Weinschlauch. Eich zur Gruße, Fremder. Wie euren Blick gewiss nicht verborgen bleibt, muss ich um euren noblemen Beistand bitten. Man helfe mir, die verdammte Hexe zu finden, die mich ausgeraubt hat und wie tot liegen ließ. Okay, erst mal nach seinem Beruf, Frank. Ich bin gezwungen, als Söldner zu leben. Lernte das schon als kleiner Junge im Keller. Jeder schäbigen Taverne in Windhelm. Oh, der kommt, ist tatsächlich Nord aus Himmelsrand, für die die Skyrim schon gespielt haben. Nachdem die Schneeelfen das Leben meines Vaters forderten, musste ich mich von zwielichtigen Dingen arbeiten als Söldner ernähren. Ich bin gut mit meinen Fäusten und noch besser mit meiner Axt. Ich kam nach Wadenfell, nachdem es geöffnet wurde, um unter diesen verfluchten Dunkelelfen mein Glück zu suchen. Seht euch an, was aus mir geworden ist. Er ist als Nord, die, wie man aus Skyrim weiß, Dunkelelfen überhaupt nicht mögen, nach Morrowind in die Heimat der Dunkelelfen gekommen. Warum? Vor allem, wenn er sie tatsächlich nicht mag. Er nennt sie immerhin verflucht. Naja. So. Sie musste ja eine Hexe sein. Ich war auf dem Weg nach Caldera, als ich sie traf. Sie war wie ich eine Fremde hier. Und unsere Unterhaltung hat mir die Reise versüßt. Sie war sehr freundlich. Und naja, wir haben zusammen gelagert. Aber in der Nacht zeigte sich die Hexe in ihr. Sprach ein Zauber über mich. Ich konnte nicht mal blinzeln. Ich klaute alles. Sogar meine Kleidung. Und meine wertvolle Axt. Wolkenspalter. Kommt mit mir, Fremder. Lasst sie uns finden. Und ihr die Eingeweide herausreißen. Nöööö. Wir haben kurz vorher gespeichert. Ich glaube, aber den Auftrag können wir später immer noch machen. Okay, wir können die Aufgabe nur sofort machen. Zählt eure Geschichte. Na komm. So. Ihr kennt diese Gegend besser als ich. Ihr geht voran. Diese Hexe soll den Tag bereuen, an dem sie Lorma Weinschlauch über diesen Weg lief. Meine Axt, Wolkenspalter, es ist eine wunderbare Klinge, aber ich weiß nicht, was mit ihr geschieht, wenn die Hexe sie berührt. Mein Vater hat sie benutzt, um den Schrecken von Wodka-Mord zu töten. Der Schrecken soll sich als ein untoter Höhlenhund entpuppt haben, der die Sumpflume des Nachbarn fraß. Okay. Mein Vater hat ihn in einem der härtesten Kämpfe, den ich je gesehen habe, besiegt. Ich kann es kaum erwarten, die Klinge wieder in meinen Händen zu halten. Dann werde ich den Kopf der Hexe damit abtrennen. Höhöhöh, verdammt. Der dackelt uns jetzt nach, ne? Ja. Gut. Machen wir diesen kleinen Auftrag kurz, weil er nicht abzuwimmeln ist. Nordwesten hat er gesagt, ne? Ist das da? Da? Ich lasse es mal gespeichert vor dem Gespräch mit ihm. Oh, das könnte ich vielleicht auch kurz mal machen. Jedes Mal, wenn er es neu startet, habe ich das Problem, dass er das wieder umstellt. So. Gut. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Höhöh. Nach Nordwesten. Ist das eigentlich irgendwo in die Richtung? Aber nicht die Richtung, aus der wir kamen. Na komm. Immerhin kann er nicht zaubern. Immerhin kann er nicht zaubern und uns damit umbringen. Das ist ja schon mal etwas. Ne, das, äh... Ja. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. So. Den Skriptmusch nehmen wir gleich mal mit. Schauen wir mal hier hinterm Hügel nach. Mit etwas Glück. Ist das nämlich hier... Nein, hier ist nur... Ihr seid bezwungen! Ja. Stirb bitte nicht, Junge. Nordwesten. Jetzt gehen wir nach Westen. Da ist ein Höllenhund. Wie fühlt es sich an, wenn der Tod naht? Ähm, okay. Ich würde sagen, hier ist es schon mal nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dieser Kreuzung. Von der aus sollen wir uns nämlich orientieren. Ne. Und dann schauen wir mal, ob das... Tagebuch irgendetwas anderes sagt von der Richtung her. Ach komm, das ist eine erkrankte Ratte. Meine Güte. Stell dir nicht so an, Junge. Ja. Gut, wir haben einen nackten Typ hinter uns laufen, ne? Das, ähm... Weinschlauch. Wieso heißt der Typ Weinschlauch? Ich hab keine Ahnung. Ich will's, glaub ich, auch nicht wissen. Wahrscheinlich ist er einfach nur ein Säufer. So. Hier ist das Ding. Und hier nach... Nordwesten. Stand hier, ne? Das heißt eigentlich, ja. Wir folgen jetzt einfach mal diesem Weg hier. Und dann schauen wir. Ob wir sie finden können. So. Einmal kurz. Irgendwo nördlich und westlich von hier getroffen hat. Aber er gibt zu, dass er die Richtung auch verwechseln könnte. Ah. Toll. Toll. Das ist halt... Ja, gut. Wir laufen jetzt einfach mal diesen Weg entlang. Und schauen. Einigermaßen irgendwo in die Richtung. Zumindest nicht aus der, aus der wir kommen. Yay. Ja. Toll. Oh. Der schaut gut aus. Steht auf jeden Fall ne Frau. Speichern wir einfach mal. Könnt ihr eure Frage schnell stellen? Ich muss weiter. Seid gegrüßt, Fremder. Wie ich sehe, habt ihr meinen guten Freund bereits kennengelernt. Mein Name ist Susia, die Heilerin. Wie kann ich euch beiden helfen? Kleines Geheimnis vielleicht. Kleines Geheimnis vielleicht. Okay. Heiler. Oh. Oh. Ich denke nicht, dass er schon bereit ist, ihn zurückzubekommen. Ich kann doch immer die Wut in seinen kleinen Nordaugen lodern sehen. Wenn er mich jedoch in drei Tagen im Gildenhaus der Magie in Caldera trifft, werde ich ihm alle seine Sachen wiedergeben. Aber nicht eine Minute früher. Sagt ihm, es sei Susias Angebot. Okay. Es ist kühl heute. Ja. Ich werde nicht von drei, noch drei Tage auf meine verdammte Axt warten. Wenn sich in den Händen dieser verfluchten Hexe befindet, werdet ihr mir helfen, Freund? Oder glaubt ihr etwa den Lügen dieser Hexe? Ähm. Deine Kräfte schwinden. Nun, das nenne ich mal einen Kass. Au. Okay, ich habe nie. Wir probieren es jetzt mal ein bisschen anders. Was ist, wenn die uns beide mögen? Das kann ja eventuell einen Unterschied machen. Gucken wir erst mal so. Wir überzeugen sie mal ein bisschen. Geht das? Äh, das hat nicht so gut funktioniert. Gut, wir sind noch zu schlecht. Geht so? Äh, okay. Das hat aber so auch nichts Neues. Gut. Kann ich etwas für euch tun? Nicht anders. Dann probieren wir es mal mit ihm. Äh, der ist ein bisschen schwieriger zu überzeugen. Kommt 72. Probieren wir es mal bei Sicherheit mit 89. Oh, okay. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Gut, dann... Ach, das bisschen Kleingeld, das können wir auch da reinstecken. Ähm. Sie ist Heilerin, er ist Barbar. Sie sagt, sie würde es ihm in drei Tagen zurückgeben. Gut, dann schau jetzt. Du wirst hier den Tod finden. Aber die Tuse hilft uns auch nicht, ne? Ey. Ach so, wir haben keine Ausdauer mehr. Aha. Gut, das erklärt natürlich so einiges. Warum er uns nämlich niederschlägt. Okay. Oh. Okay. Seine Besessenheit wegen dieser Axt hat ihm schließlich den Tod gebracht. Ich werde es jemandem geben, der sie gut gebrauchen kann. Ich denke, ich danke euch für eure Hilfe, Fremder. Ich glaube, dieser Hitzkopf hätte mich tatsächlich getötet, wenn ihr nicht eingegriffen hättet. Hier, nehmt diese Trinke als Geschenk und sucht mich auf, wenn ihr jemals meine Dienste brauchen solltet. Okay. Nur mal um zu gucken, ob sie den Wolken hinflottet. Ich will nur mal wissen, ob die das dabei hat. Okay, das lohnt sich nicht wirklich, die dafür umzubringen. Die kann die Axt behalten. Nicht nur. Ich höre euch zu. Sorry, Lady. Wollten nicht weiter irgendwie... Ja, gut. Das war jetzt ein sehr kurzer Quest. Und wir haben es nicht geschafft, äh... nach... Caldera. Zur Caldera Bergwerksgesellschaft. Nicht nach Caldera Bergwerksgesellschaft. Ja, Deutsch. Deutsche Grammatik und so, oder so ähnlich. So. Ah, achso, jetzt wurde gerade geladen. Gut, wir haben ein Mini-Nebenquest geschafft. Margan, Hauptstraße, Altruhen, Gnises. Bugfalter. Margan bei Mora Caldera. Hä? Wo ist denn... Äh... Hier ist Caldera. Das war doch gerade eben noch ausgeschrieben. Okay, gehen wir mal dem Schild da vorne nach. Vielleicht sind wir gerade eben schon falsch abgebogen. Bin ich blöd? Blöd? Steht ja noch irgendeiner. Schauen wir mal nach. Da steht tatsächlich jemand. Viele gute Kämpfe wünsche ich. Wir speichern mal, bevor wir mit dem quatschen. Hey, ihr da seid keiner dieser Stadtschergen, oder? Könntet ihr mir helfen, hä? Ihr bekommt auch ein Geschenk. Ihr wollt helfen? Natürlich, guter Freund. Hört, die Leute in Caldera glauben, ich hätte etwas Schlimmes getan. Also suchen sie nach mir. Ich kann mich sehr gut verstecken. Meine Freundin kann mir helfen. Vielleicht bringt ihr ihr eine Nachricht von mir. Ich kann euch ein Geschenk geben. Wirklich. Ja? Gut, gut. Ich wette, ihr wisst auch, wie diese Stadtschergen sein könnten. Gemein, gemein. Gut, dass ich schlauer als sie bin. Ihr bringt die Nachricht zu Baschuk in Caldera. Sie ist eine gute Freundin von Bugroll. Sie kann mir helfen. Für mich seid ihr in Ordnung. Okay. Na los, großer Held. Alles klar. Das machen wir aber erst, nachdem wir in Caldera gewesen sind. Äh, in der Minendingsbums. Dann können wir wieder zurück klatschen. So. Ich glaube, wir sind wirklich falsch abgebogen. Kann das sein? Caldera? Ja, wir sind einfach nur falsch abgebogen hier vorhin. Ups. So. Dafür haben wir ein paar Tränke bekommen. Ist auch okay. So. Das müsste jetzt hier nach links gehen, weil es da steiniger ist. Na ja. Hier. Wunderschön. Bergig. Und so. Ja. Wobei ich befürchte, Ja, gut. Wir schauen jetzt erstmal. Wir machen jetzt die Kriegergilde bis zum letzten möglichen Quest. Den machen wir erst später, weil der sich mit dem letzten Quest der Diebesgilde überschneidet. Das heißt, danach würde ich erstmal die Diebesgilde weitermachen. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Wir hören was. Aber wir sehen nichts. Okay. Und da unten sieht man aber schon was ganz anderes. Nämlich die... Oh. Werkwerksgesellschaft. Ich würde sagen... Das verschieben wir gleich mal auf die nächste Folge. Huch. Äh, ja. Kartenaktualisierung. Ja. Genau. Passt. Wir... Hören uns gleich wieder. Oh. Ganz wichtig. Bevor ich das jetzt vergesse. In meiner begnadeten Schlauheit. Ne. Wollen wir uns wehtun? Höhö. Oh. Oh. Blödes Mistvieh. Ah, gut. In diesem Sinne. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Chao. Ja. Ja.